Der selbstfahrende Pickup ist ein sogenanntes Smart Target. Per Computer wird das autonom bewegliche Fahrzeug zielprogrammiert und gesteuert durch integrierte Lasersensorik, kann es aber auch eigenständig navigieren. Bei einem Gewicht von 750 kg fährt es bis zu 42 kmh schnell. Die Reichweite liegt bei 30 km. Der Pickup ist durch GPS und Wi-Fi digital vernetzt. Feindbewegungen und Trefferverhalten werden über eine Live-Lagekarte angezeigt. Bekämpft wird er durch Schüsse in den Motorblock oder in den der Fahrer getroffen wird. Die Haltbarkeit für Handfeuerwaffenbeschuss liegt bei bis zu 3000 Patronen, Beschussfestigkeit bis Kaliber 7,62 cm. Zudem verfügen Fahrer und Kühlergrill über eine warme Signatur für Infrarot. Der Pickup gehört zu den modernen Zieldarstellungen auf Schießbahnen und ist Teil des Projekts Digitalisierung von Truppenübungsplätzen.